ja herzlich und willkommen zurück zu einem weiteren video auf unserem kanal und zwar heute gibt es was feines quellkartoffeln mit dubdu würde jetzt der Dietmar Diamant sagen nee also was geht ab freunde ich begrüße euch erstmal herzlich zurück und zwar es geht auf große fahrt ich bin gleich auf dem weg 600 kilometer weit in den osten genau und dort steht ein weiterer videodreh an auf den ich euch ganz herzlich einlade mitzukommen das ganze ding wird diesmal ein bisschen anders sein als sonst weil ich reise mit einem pkw ich zeige euch gleich im anschluss bzw legen wir es hier drunter wie wenig tackle ich am start habe weil ich treffe mich dort mit jemandem ganz besonderes und das freut mich auch sehr also wir um das mal ein bisschen zurück zu spulen haben schon geraume zeit zusammen im osten geangelt also immer mal wieder und auch mit großem erfolg und wir haben immer gesagt ey dicker das wäre doch mal geil hier ein video zu machen weil einfach die kulisse ist super und das ist alles am start also ich werde ihr könnt euch das gar nicht vorstellen was wir alles machen werden wir werden die route mit boot legen wir werden schnorcheln wir haben einen riesigen see wir haben eine kulisse traumhaft dicke fische gibt es auch die müssen natürlich auch fangen wir haben alle möglichkeiten um jetzt ein richtig geiles video zu machen und das auch mal darzustellen ich habe einen super interview partner der euch ein paar internas geben wird auf unserem channel wie es mit so ein paar themen in der karpfenbranche weitergeht ich habe jetzt den ganzen weg vor mir muss jetzt das kamerazeug noch einladen ein paar baits einpacken diesmal gibt es kein großes hexenwerk dipperei und so ein kram pamperei werde ich komplett zu hause lassen senior spice ist am start und pemix also diese zwei bollysorten werde ich mitnehmen hauptsächlich alle in 24 mm und in 30 mm es gibt keine gnade alle aussortiert außer die dicken und in diesem sinne bis dann ich mache mich los ciao sehr gut mir geht's gut klar hast du ausgeschlafen komm mal komm und die sonne kommt raus ja ich habe dich gerade gar nicht erkannt in deinem panzer du sagst auch so ein schuljunge da drin ist ja nichts mehr dran an dir das ist bioröst kaffee im programm hat weißt du nicht weißt du echt habe ich wirklich gemahlen und als ganze bohnen kilo und 250 gramm beutel und das ganze auto voll oder wie kein gramm dabei weil du hast gesagt du hast alles ich hätte welche mitbringen können du hast recht ich war nachlässig hier gerade eben den faux pas begangen ich werde hier im ganzen hafen ausgelacht alle lachen über mich weil ich jetzt weiß dass wir heute ein bisschen schnorcheln müssen der vater nach dem schnorcheln immer in harten zucker hast hat ich bananen mitgebracht sagt der ganze hafen no banana on the boat alte alte seemannsregel was mache ich mit den bananen ich meine sind opfer der werbung bist du auch gesponsert nein bin ich nicht aber hast ein paar schlappe gekriegt oder ich finde es durchaus praktisch ja ich dachte du hast ein paar schlappe gekriegt für dass du das zeug soll es schmeckt und macht ehrlich bevor stefan seuss überhaupt dafür werbung gemacht habe habe ich das schon konsumiert und er hat mich gefragt wie schmeckt denn das eigentlich du lecker geiler real talk ja jetzt trinkt er ja nicht der trinkt ja nichts anderes mehr ich habe gesehen der hat kannst du den stefan fragen ich glaube ich der stefan trinkt habe ich gesehen auch kein wasser mehr und nichts anderes nur noch den ganzen tag das zeug der trinkt nur waifut und havanna ansonsten nichts ja es sieht ja nicht so schlecht aus muss ich habe das noch nie ich bin ehrlich ich habe das noch nie probiert ich werde es mal testen ja zu zu Bis zum nächsten Mal. So, da sind wir mein Lieber. Jawoll. Der erste Anker sitzt. Der erste ist mehr so die erste Schwierigkeit. Bis das Boot in Position ist. Das ist immer ein recht schwieriges Unterfangen. Weil du brauchst einen festen Standplatz für das Boot. Weil wir haben ja hier richtig Wind immer auf dem See. Und da müssen wir halt einfach einen richtig festen Standplatz haben. Der Anker muss sich tief reinziehen. Jetzt setzen wir das Schlauchboot rein. Beten, dass der Außenbauer beim letzten Witter keinen Schaden genommen hat. Weil ich den ja quasi komplett gewässert hatte. Ja, das wird jetzt gleich spannend. Markus hat mir erzählt, wie war das? Du hast den Motor auf dem... Der Boot stand vor dem Grundstück und der Motor lag so wie er jetzt liegt. Der liegt ja hier unten auf der Erde noch. Und das Boot stand quasi bis hier, bis zum M komplett unter Wasser. Und der Motor drin gelegen. Weil ich vergessen habe, hinten den Stöpsel zu ziehen. Normalerweise bei Regen läuft ja das Wasser von alleine raus. Und ich will das Boot aufs Grundstück schieben. Ich denke, ach du Scheiße. Ich kriege erstmal einen Herzinfarkt. Naja, okay. Und wir sind mutig und haben auch vorher nicht getestet. Also das ist jetzt hier gleich nochmal die große Experience. Wir haben eine Ersatzkerze dabei. Einen neu angeschafften Kerzenstecker, den ich noch nie mit hatte. Moment, wie war es? Du hast drei bestellt und eine haben sie geliefert? Genau. Drei schön über Amazon die Original Yamaha Kerzen bestellt. Ich mache den Umschlag auf, da ist eine Kerze drin. Na super. Also kann er ja nur angehen jetzt. Ja. Kann eigentlich überhaupt nichts mehr schief gehen. Auf geht's. Also ich dachte, das funktioniert einwandfrei. Ein bisschen blauer Dunst gehört dazu. Was ging hier ab? Also du hast letztes Jahr hier schon mal die Routen geschwommen? Oder hast du das mit dem Boot gefahren? Nö. Ich habe die Routen geschwommen. Ich bin vorher schnorcheln gewesen. Also man kann sich das ja jetzt nicht vorstellen. Man muss ja immer einhaken, muss ja erstmal den Leuten erklären, dass das hier sieht ja wahnsinnig aus. Wir sind hier mitten auf dem See. Das sieht man ja jetzt. Also man sieht fast das andere Ufer nicht. Also auf der Kamera sieht man es nicht. Wir sehen es natürlich gut mit den Augen. Und jetzt denkt man sich, was machen die da mitten auf dem See? Und dann gehen sie noch schnorcheln. Genau. Wir gehen schnorcheln. Schön im Flachwasser. Genau. Also wir werden nachher unsere Routen, ich werde auch die GoPro auf jeden Fall aufsetzen, werden wir in eine Route oder jede eine wahrscheinlich, ne? Jede eine schön ins Flachwasser. An das Flachwasser ranziehen, ne? Ich habe mir immer Plätze gesucht, wo ich genau gesehen habe, dass das Fische waren. Du hast ja in den Bereichen im Flachwasser ja auch viele Schwäne unterwegs. Aber wenn du in so einer Tiefe bist, so von 1,50 Meter, 1,60 Meter, das ist unwahrscheinlich, dass der Schwan da mit seinem Hals noch rankommt. Aber dann hast du immer gleich… Wie hast du das gesehen? Das sind so, hier, so. So Plätze, ne? So ein bisschen größer wie so ein großer Topf. Die sind einfach frei gewühlt. Wenn man da selber drin rumwühlt, dann mag man überhaupt nicht erahnen, was kann der Fisch da überhaupt finden. Aber das sind definitiv Karpfen, ne? Und diese Plätze, die Fische, die schwimmig gezielt an und macht die mit der Hand noch ein bisschen größer. Wühlt extra nochmal alles um und… Ich habe übrigens so eine Dreizack Gartenbehake mitgebracht. Ja, super. Am besten ist es ja noch Löcher zu buddeln. Ich glaube, je mehr du in dem Bereich veränderst, da wo die Fische regelmäßig langschwimmen, umso interessanter ist das für die, umso neugieriger werden sie. Und dann da einfach bloß eine Handvoll Köder, eine Handvoll Futter und einen ordentlichen Köder drauf und dann sofort in der nächsten Nacht, die haben Fische. Das Hauptproblem an so einem großen See ist, die Routen vernünftig abzulegen, weil du hast natürlich nachts keine Lust, die Route da wieder raus zu schwimmen. Und wenn du hier nachts auch ne, weiß ich nicht, drei Windstärken hast, erstens mal siehst du so einen relativ kleinen Platz extrem schlecht, auch mit der Kopflampe. Und dann musst du wirklich da zirkeln, ne? Also ich muss manchmal fünf, sechs Mal absetzen, bis ich genau den Platz wieder getroffen habe, dass er da liegt. An einem anderen Nilwässer waren die Plätze teilweise so groß. Du hast eine riesengroße Muschelbank gehabt, aber die Karpfen fressen ja nicht in die Muscheln, sondern die suchen sich die kleinen Krebse da, die an den Muscheln da irgendwie sich festmachen oder wie auch immer. Und da waren teilweise nur so kleine Plätze, die so freigewühlt waren. Und treff mal so eine kleinen Plätze, teilweise mit einer Steinmontage. Ich angere hier auch mit Steinmontagen, kann ich dir nachher zeigen. Echt? Ja, ja. Geil. Vor zwei Jahren hier von Carsten, von Fischton, hat er mir mal so ein Probe-Effektchen gegeben. Da habe ich gesagt, mache ich, probiere ich aus. Da gucken wir aber nachher mal genauer hin, Markus, was du da bastelst. Da bin ich super von überzeugt. Ja, das kannst du uns mal zeigen. Ja. Weil ich bin ja immer noch so auf dem Pleitrip, aber die Community schreibt mir ja immer in meine Kommentare, ich wäre eine Umweltsau und soll doch mal mit Steinen angeln. Und ich habe immer drunter geschrieben, das könnt ihr alleine machen. Ich habe hier einen großen Eimer Steine an Bord. Geil. Finde ich cool. Können wir uns nachher angucken und du wirst sehen, dass das funktioniert. Also wir haben es ja auch quasi mit meinem sonstigen Angelpartner ausgetastet. Der eine angelt so, der andere angelt so und wir haben überhaupt keinen Unterschied. Ja, ja klar. Das funktioniert ist ja klar. Das glaube ich. Nur die Handhabung. Und das Schöne ist, gerade wenn du jetzt hier, wir werden ja hier auch wieder Long Distance fischen müssen, weil wir müssen ja unser Boot an Plätzen parken, wo wir eben das Boot parken können. Der Rest ist hier extrem mit Kraut besät. Da kriege ich nirgendwo einen Anker fest. Also muss ich mir irgendwo einen Platz suchen, wo ich erstmal das Boot ankern kann. Und habe dann trotzdem wieder 500 Meter zur Route, wo jeder Normale sagt, jetzt haben die schon ein Boot und jetzt bringen sie die Routen wieder 500 Meter raus. Aber es geht nun mal in dem Fall nicht anders. Das versteht man auch erst, wenn man das Thema in die Praxis umsetzt. Und dann bringen wir die Route 500 Meter raus und dann heißt es den Fisch abholen. Und nachdem wir einen Biss hatten, gerade bei den Steinmontagen, gerade bei den Steinmontagen ist es so, der Fisch läuft los, erschrickt sich kurz, läuft 20 Meter und bleibt stehen. Und dann fährst du da ganz seelruhig hin und holst den Fisch ab. Und dann fängt der Drill an, so wie man sich das vorstellt. Und gerade nachher im Herbst, wenn sich hier auch das Kraut löst und so, sind das natürlich unschätzbare Vorteile. Wenn nicht erst wieder kreuz und quer durchs Kraut der Fisch 28 Mal geschwommen ist und was wir hier schon alles erlebt haben. Ja geil, das können wir ja nachher nochmal ein bisschen ausbauen im Detail. Jetzt mal ganz kurz nochmal so eine Frage. Was schätzt du, was fangen wir? Wie ist dein Tipp? Ja August war, also wir kamen jetzt hier seit fünf Jahren an dem See und August war immer ein Top-Monat. Klar, du machst jetzt hier keine Massenfänge, aber... Na gut, ich meine wir sind ja hier auch nicht auf so einem Dorfteich, darf man ja nicht vergessen. Nee, wir sind jetzt hier auf so einem richtigen großen Mecklenburger Landsee. Und also mein Tipp sind eigentlich drei Fische pro Nacht. Wenn wir am Ende hier irgendwie etwas... Wie viele Nächte haben wir? Vier Nächte haben wir. Zwölf Fische fangen. Hahahaha! Meist ja, wenn wir zwölf Fische fangen, aber hier dann geht das nächste... Na ja, aus dem Essen sind wir ja raus, dann geht irgendwas auf mich. Hahaha, dann geht irgendwas auf dich. Das wär natürlich mega fürs Video, ne? Also wenn wir jetzt zwölf Fische fangen und dann kann man natürlich bei zwölf Fischen, sagen wir mal 10, ist ja auch schon super, kann man ja schon von ausgehen, dass das ja auch, das sind ja alles große Fische, also Fische über 15 Kilo dann halt, also drunter geht auch mal einer, aber der Schnitt ist schon gut. In der Regel schon 15 plus, ja. Das ist natürlich schon genial. Lieber Markus, ich bin es ja schon gewöhnt, dass immer irgendwas nicht dabei ist, aber was ist passiert? Ich habe den falschen Nature Bites einmal gegriffen, da sind nur Pop-Ups und Hakenkühler drin und in dem anderen Eimer ist meine ganze Tasche mit Wirbel, Haken, das ganze Rigg-Bau-Zubehör drin. Ich habe hier nicht einen einzigen Haken dabei. Klar, ich habe noch alte Rigs dran, vom letzten Mal angeln. Ich habe kein Vorfachmaterial und darf mich jetzt bei meinem freundlichen Angelpartner um, der ja berüchtigt ist für seine minimale Ausrüstung. Diese legendäre Kiste, da habe ich ja vor fünf Jahren schon den Kopf drüber geschüttelt, da muss ich jetzt auch noch mehr was raussuchen, womit ich alle achte. Du weißt, wir müssen uns die eine Spule Vorfachmaterial brüderlich teilen. Ja, ja, gut, Vorfachmaterial, also 1000 Meter Mono, mal kehr noch irgendwo rumzufliegen, kein Problem. Ah, und beim Haken sieht es auch eng aus, die eine Packung, die ist schon leer. Ich habe nur noch eine halbe. Ja, mit dem Shakira kann ich hochnehmen. Ne, habe ich noch, habe ich noch. Haken und so habe ich. Und was hast du für Vorfachmaterial? Eine N-Trap. N-Trap ist auch okay, sehr gut. Von meinen Meister 35 Lips, das hält. Perfekt, genau. Und ich habe noch eine Spule Amolink von Nesh 35 Lips. Brauche ich nicht. N-Trap. N-Trap 30 Lips, semi-stuff, perfekt. So, und das war es, mehr habe ich auch nicht. Shakira, Shakira. Soll ich dir eine Packung schenken? Was hast du denn für Shakiras da? Die guten. Die halten. Die habe ich auch meinen geangelt immer, Meister, da kannst du die Baumstärme rausziehen mit. Ja. Aber ich mache doch immer oben noch so Dinger drüber. Habe ich auch hier, wenn du brauchst. Echt, ja? Mhm. Dann sind wir ja, bis auf deine vergessene Isomatte sind wir ja komplett, oder? Dass der Bronz mal auf dem Holz schläft heute. Mit Pulli als Kopfkissen. Aber du kannst gerne dir das Boot nehmen und fährst die acht Kilometer in den Hafen, ich gebe dir meine Autoschlüssel, dann liegt die Isomatte drin. Ach nee, schlafe ich auf Holz heute. Naja, wird schon gut. So, wenn es gut anfängt, dann endet es meistens auch so gut. So eine Scheiße, das ist mir noch nie passiert. So, guck mal, hier sind so ja noch alte Haken. Naja, da brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr. Guck mal hier. Die könnte ich mir so ja noch, also da ist ja eigentlich alles da, was man braucht, ja. Die hast du doch mit so einer Aalmontage rausgezogen hier mal irgendwann beim Blinkern, oder? Nein, das sind meine, das sind alte Ricks von mir, die ich einfach für stumpf befunden habe. Die ist aber eigentlich dann immer noch scharf, wenn du beim zweiten Mal wieder prüfen, eine Woche später, gell? Geht das ja auch immer so? Bei mir ist es immer so, ich tue dann so Haken aussortieren und zwei Wochen später prüfe ich und denke, Alter, die sind doch noch irgendwie neu. Guck mal hier. Was ist eigentlich? Boah, der ist so ein Crank, alter, gell? Der ist noch gut. Ne, ist kein Crank hier, die heißen anders. Aber das ist eigentlich mein Lieblingshaken von Nash. Der hat mir der liebe Marc zur Verfügung gestellt, als ich ihm gesagt habe, dass die zu meinem Lieblingshaken avanciert sind und ich fische eigentlich nur noch diesen Haken. Mir hat er keine geschenkt, blende mal aus, dann sagt's gut, tschau. So, my quiz, wir versuchen es mal zu filmen. Wir Amateure, wir zwei, mit Schatten und Gegenlicht und allem. Ich sitze voll im Schatten, aber so geht's. Jetzt gibt's hier den Fishstone, ah, voll den Schatten von mir drauf. Aber das ist egal, mach einfach so. Drehen wir uns jetzt in die Sonne rein. Die größte Katastrophe ist zu filmen vom treibenden Boot. Aber... So, zack. Gummi rum. Thema erledigt. Das war's. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was kostet du eine Montage? Den Stein hast du beim Nachbarn aus dem Garten? Ne, da hab ich mir mit Matthias, der ist ja gerade ein Landschaftsbauer, der hat direkt erstmal ein Big Pack. Sind wir extra zum Steinhändler gefahren? Nachdem wir befunden haben, so wollen wir angeln. Dann hat er direkt erstmal ein Big Pack geholt in Oranienburg beim Steinhändler. Die reichen bis an unser Lebensende. Kannst du ja in der Sortierung, keine Ahnung, das sind 800er und 600er oder so, oder 80, 60 oder so, wie die Sortierung heißt, und der Gummi ist ja so flexibel und normal, wenn einer beißt, dann löst sich hier sofort der Gummi und dann drehst du den quasi am freier Leiner und der Stein bleibt liegen. Eigentlich nicht schlecht, gell? Hat super funktioniert. Ist natürlich nichts zum Werfen, ne? Ja, ja. Aber er hat ja auch Montagen zum Werfen, da ist das quasi alles gleich, nur dass der Gummi ein anderer ist. Da ist der Stein dann wie in so einem Gumminetz drin und da kannst du natürlich nicht so große Steine werfen. Das sind jetzt hier, die sind alle so um die 300 Gramm, aber wir haben ja jetzt hier auch schon wieder gute 250 Meter Entfernung. Und hat bis jetzt gut funktioniert, hat auch noch nie von alleine ausgelöst, also war eigentlich immer Fisch und wenn wir nichts haben, wenn wir nichts haben, dann holen wir die morgen wieder raus. Ja. Und wir können mit dem Stein weiter angeln. So Männer, der Vater muss in die Brie, hat kein Shorty an. Ich würde sagen, einfach nein, oder? Hä? Ich komm gleich nochmal hoch, ich nehm dann die GoPro und nehm meinen Gartenhaken und dann schwimm ich zu meinem Platz. aber eigentlich hab ich keine Lust ins Wasser zu hippen jetzt um die Uhrzeit noch, aber ich mach's einfach. bis dann. Ciao. So. Hurra. Frisch ihr Buben, frisch. lo frei. Hoi. Fisch. Herr. P mooi. Bis zum nächsten Mal. Oh Meister ey, ist wieder so ein Todes-Trip, gell? Ja. Taucherbrille kaputt, aus dem Rahmen rausgebrochen, keine Ahnung, wie, wann, wo. Ach du Scheiße. Ich habe mich als gewundert, warum das Wasser reinläuft überall. Okay. Oh, was ein Horrortrip ey, bis zur Hälfte vollgelaufen, das scheiß Ding hier jedes Mal. Hast du auch eine mit? Ja. Ah, das ist doch gut. Aber geil, ich habe gerade mal hier unten diese Muschelautobahn gefilmt, das ist ja brutal. Ja, ne? Diese ganze Bank ist ja eine Muschelautobahn. Ja. Und dazwischen sitzen die Bachflugkrebse. Da ist alles voll mit Bachflugkrebse. Der ist doch schon auch fängig hier unten, oder? Ich angle nicht ja noch auf Muscheln. Ja, ja, klar. Keine guten Erfahrungen. Da hinten ist fängig ey, da ist schön freigefressen. Ja? Also... Sieht so aus, oder? Ja. Ist so... Und die ganzen kleinen Stellen? Sieht fängig aus. Ja. Sieht gut. Ich habe schönes Blei in den Boden gesteckt, alles super. Ja. So, jetzt komme ich hier hoffentlich noch irgendwie raus. Guck mal, hier ist die Leiter, soll ich dir Platz machen? Guck mal, jetzt kannst du das Boot wegschieben. Da ist der Walfisch nochmal raus und Wasser kommt heute. Dann reißen die Leiter ab mit mir ey. Komm ich nicht raus. Was für ein Bauch. Der Bauch Kabelitz ist an Bord. Kabelitz? Nimmt alles ein übles Ende mit dem Braunsleim-Teckel. Guck mal. Ja. So. Heute gibt es was Feines. Und zwar fährt sich Hünder auf Senior Spice. Na, ich bin gespannt. So, Meister, alles gut. Passt, hä? Ja. Komm schon die Gartenhack wieder hier raus. Ich habe schön gerecht meistens. Der ist wie so ein Gärtner. Na, guck mir die Stelle morgen mal an. Ich tue die mal lieber aus dem Schlauchboot. Ja. Und tue die unter deine Matratze legen. Bei uns trotteln. Genau. Da ist aber auch total scheiße an der Stelle. Ich tue die da schon raus. So läuft's. Noch in die Gartenhack getreten. Ja. Einmal komplett programm durch. Durchgespießt. Ja. So. Alles klar. Super. Markus, wo ist die Katastrophe gefunden worden? Ja. Also wir wollen jetzt einen Burger grillen, ja? Und ich bin jetzt gerade dabei den Burger Grill aufzubauen. Und ich hebe den Deckel hoch und sehe, ups, das Essen ist noch fertig. Oder schon fertig. Ich weiß nicht, was ich gerade gedacht habe, was das ist. Scheiße. Ich habe mir, da liegt das Heba drauf. Habe ich beim letzten Mal echt vergessen, dass da noch was drauf lag. Okay. Mach mal warm. Das geht noch. Du, aber das ist auf jeden Fall gar. Jawohl. Das ist auf jeden Fall gar. Es gibt ja, man lässt ja Fleisch quasi verschimmeln. Eigentlich müsste man das jetzt aus und bloß abkratzen. Und dann hast du innen drin ganz zarte Fleisch. Naja, das glaubst du. Mach mal. Ich bin raus. Scheiße, Alter. Markus, kommt da noch Besuch? Nein. Aber guck dir die doch mal in fünf Minuten an. Das Bild mache ich jetzt und schicke ich dem Ronny und sage, Ronny, hilf, hilf, hilfe. Der Markus eskaliert. Der hat Sündungswoche vor sich. Der muss morgen aber bis auf die andere Seite schwimmen und zurück. Das ist ein Problem. 174, 175, 178, 179, 180. Meister. Fast 180 Liegestützen am Stück. Das hätte ich nicht geglaubt. Das hätte ich nicht geglaubt. Das ist alles zerfressen von Krebsen, gell? Ja. Ich habe auch sauviele Butterkrebse gefunden. Hast du gesehen? Die kleinen gehäuteten auf und raus. Die häuten sich gerade. Das ist eigentlich eine gute Zeit am Flachen, oder? Ja. Ich sage Ihnen die Content. Das hätte ich nicht geglaubt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.